So, jetzt kann ich auch wieder langsam fahren. Ich lieg auf der Seite, das ist das erste Mal. Soll ich hier mal kurz aufhelfen, Moment? Ich komm mal nach oben. So, da bist du runtergefahren. Nee, ich häng hier genau hinterm Stein. Oben oder unten? Oben oder unten? Ja. Hier an den oberen Stein. Du musst quasi hochfahren, damit du mich runterdrücken kannst. Irgendwas muss ein Jahr schwollen, wa? Dafür machen wir den Abdeck nicht so leicht und kippen. Ich hab in den Patchen los gelesen, dass die das ein bisschen verbessert haben sollen. Aber irgendwie ja nicht. Ich kann dir, glaube ich, jetzt gerade auch nicht helfen, weil ich müsste, glaube ich, jedes Mal ein bisschen werken, glaube ich. Ja, versuch mal auf den G34-100. Bevor ich hab das Gefühl, ich hab gerade mich ein ganz bisschen bewegt. Ja, ich kann auf den irgendwie werken, ne? Man, der muss dahintragen, wo unserer ist. Da muss der hinfahren. Ich würde dir gerne helfen, weil es gelesen ist. So, ich versuche, mich mal zu schützen. Nein, ich muss jetzt erstmal hochkommen. Ich bin hier nicht mehr hoch auf den Berg. Ist die hier schon mal passiert? Ja, natürlich. Klar. Jetzt muss ich aber auch fassen, dass ich klinge dich momentan nicht. Da ist also, ah, da bist du. Ja, hier. Keine Ahnung, ich bin hier. Oh, was? Was warst du denn da? Du warst so offen, Mann. Ich hab gar nichts gemacht. Du warst offen. M44 hat mich abgeknallt. Also du bist getötet worden? Ja, von der M44. Du warst offen. Das schon, du wärst durch irgendwie einen Rammstand von mir gestorben. Nein, nein, du warst offen und dadurch hat die M44 dahingeschossen. Die wollte dich gar nicht, dich nicht treffen, die wollte dich treffen. Das tut mir leid. Ich bin wegen dir gestorben, wenn du offen warst.